Alles gut! Oh scheiße! Hallo und willkommen zum neuen Vlog Nr. 18. Ich bin gerade auf dem Weg zum Haspel, hier in Unterbarmen. Da drehen wir mich mit Nico und mit dem Simon. Danach wollten wir nach Unterbarmen weiter rein. Und das Bott im Springen heißt der. Da ist da ein Programm. Ich bin mal sehr gespannt, ich war noch nicht da. Oh ansonsten gucken wir uns noch in der Gegend ein bisschen um. Schauen was da so für Spots sind. Viel Spaß! Bis gleich! Erstmal eine Runde warm machen. Ja wir haben schon ein bisschen was gemacht. Das geht. Wir chillen jetzt erstmal hier an dieser tollen Stufe. Ich kann sehr viele Sachen machen wie man sieht. Nice! Dann stelle ich mir gleich die Kamera ein bisschen auf. Und dann toben wir uns hier ein bisschen aus. Vielleicht kommen ein paar Lines, vielleicht auch nicht. Ganz spontanes Training. Und... Aufpassen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, guck mal, so hat er direkt gefilmt, Alter. Ja, moin. Ich bin der Simon aus Fellmann von Parcours FMS und jetzt mache ich hier die Challenge. Das sind ungefähr 16 Kongs und wenn ich Bock habe, mache ich danach mal weiter, dann sind es 24. Mal schauen. Ja, das ist eine ordentliche Strecke. Jawohl! Ja, nice. Boah, korrekt. Das war eine Leistung. So, wir wechseln den Spot jetzt nochmal. Wir haben uns jetzt warm gemacht. Wir bleiben aber hier in der Nähe. Mal gucken. Oh, das macht er da hinten. Ciao. Nico, wo gehen wir gleich noch überall hin? Erzähl mal. Mal gucken. Wo ist das Pokémon? Okay, Leute. Wir sind jetzt auf keiner Mission. Das ist los. Das ist los. Castaway. Sauber. Alles souverän und sicher. So muss das sein. Ach, den hier. Diesen Konkri. Oh, das ist auch noch ein weiterer Konkri. Konkri. Hier der Konkri, wenn man sich richtig gönnen will über die Mauer. Bis hinten durch. Was ist denn? Ach, da dahin. Ja, ein Tökel. Ja. Ich denke schon, denke schon. Junge, der Smoke. Was ist hier los? Ich war noch nie hier. Wieso war ich noch nie hier? Wieso war ich noch nie hier? Der ist halt noch beschissener. Yes. Noch mal zurück. Zack. Er zerlegt einfach den Spot, bevor ich die Tasche abgelegt habe. Oh, nice. Das war es. Ich bin da. Ich bin da. Ja. Ich bin da. Musik so der simon ist jetzt weg und wir fahren jetzt ins springen dankeschön springen springen wir sind jetzt am neuen spot angekommen im springen heißt dieser tolle ort jetzt überall so schöne hier ist jetzt der erste richtige spot schöne dicke mauer zuständesplatte bank im springen im springen gibt es richtig viele möglichkeiten weil das alles so gleich gebaut ist das heißt das hier wiederholt sich in einer anderen variation noch ein paar mal deswegen finde ich das hier oben eigentlich ganz nice maurice hat hier nicht den ansprung gemacht und das hat die line gemacht dass er gegen die wand gesprungen ist und dann runter gedroppt hat hier auch sich so ein kleine line gibt müsst ihr mal das video aus checken aus checken von maurice jungmann 2020 da müsste das drin sein der falk hat in seinem best of hier auch ein paar sachen gemacht da müsst ihr auch mal aus checken da oben da irgendwo auch unten in der info in der bio in der bio verlinken wir mal die zwei videos da gibt es ein paar sachen die hier gemacht wurden sind echt gut und wir hören uns hier auch jetzt so ein paar kleine sachen ja wird besser ja kommt weg nochmal oh scheiße oh fuck ich hole direkt mal stuff oh scheiße oder erste hilfe stuff blut zensiert wie geht es ihnen geht wieder erst mal der schock aber es ist schon also wir haben jetzt flach hier drüber gemacht aber hier unten ich bin halt mit dem ganzen schiebenbein passiert mal ne geht der 180 noch das ist auch richtig so geschnackt alter wie ein klappmesser lieber erstmal chillen ich gönne mir jetzt auch nochmal diesen stride hier und dann vielleicht nochmal im kanon prezi hier zurück mit einem kleinen drop dahinter kleiner aber feiner mal gucken sonst kann das sein dass es fürs training heute erst war mal gucken mal sehen okay ey ey da war er noch insie ja 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 puch scheint scheint zu funktionieren dass Bein ja geil ich habe gerade überlegt was man da noch machen kann so helikopter mäßig oder so nächstes mal ja müssen wir mal schauen wir haben jetzt nicht mehr so viel zeit noch 10 15 minuten gucken was wir noch hier raushauen können aber ansonsten belassen wir es heute dabei und dann sehen wir uns gleich beim outro hallo das war es schon wieder für heute abonniert gesehen ganz viele leute an aber abonnieren nicht ändert das mal wenn ich eigentlich auch nichts machen ist eure sache aber ich hoffe heute spaß wir sehen uns dann im nächsten video war ja alles dabei heute sogar mit bail also action ohne ende bis zum nächsten mal abonniere